Good morning, good morning! Hehehe, wieder geklappt. Seht sie euch an! Ups, ja ja, bleibt in der Stadt. So, jetzt, glaub ich, auf den Beisar. Ich glaub, jetzt kommen diese runterrasselnden Attacken, Meteoriten, irgendwas. Und wir müssen irgendwelche Leute befreien. Also, irgendwie... Hinrennen, wo es blitzert, anklicken und... Ne, doch noch nicht. Oh Gott sei Dank, ich hab's gesehen. Ich habe mich also geirrt. Aber irgendwann wird zurückkommen. Hauptmann Ra! Wir draußen herrschen erwerbliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Aschara! Ich habe mit euren Taten am Außenposten Hauptmann Ra! Der kommt dann ruhig durch. Aber ich glaube nicht, lass sie passieren! Jawohl, lass mich passieren! Ah! Oh, ja, danke! Ich führe euch zum Palast. Ja, ich kann auch nicht allein durch die Tür. Haha! Nein! Ah! Ich will euch um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Musaka an den unschuldigen Bürgern von Alkanus... Ein Musaka? Lecker! Wir sind für das Musaka verantwortlich. Was in Alkanus geschehen ist, war das Werk der Dina von Vedeal, von Magda und ihrem Zirkel. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen! Ich überlasse dieses Problem euch! Oooo! Schmerz euch! Schmerz euch! Schmerz euch! Wir sollten von hier weg, bevor wir hier verankommen. Aber ja, kein Problem. Wir müssen uns hier oben machen, ja. Oh verdammt. Ich muss jetzt wohl wieder in die Stadt. Ha! Ah ja, die paar Wachen da, das ging ja noch. Die Viecher halten auch zum Glück nicht viel aus. Ah! So, jetzt kommen hier neue Wellen, genau. Oh, ich bin schon tot. Na, okay. Ah, wie das? Gut. Ich bin jetzt in Ruhe. Ah, der Golem. Ja, ohne den geht's natürlich nicht. Einer von unseren Zuschauern hat verrichtet, er hätte zwar eigentlich Lust wieder das mal zu spielen, aber es sei wohl so schwer, auf diesem Schwierigkeitsgrad zurechtzukommen. Wenn man möchte... Eigentlich fällt uns das gar nicht so schwer. Irgendwann meinte er, er hat den Mund. Ja. Das ist die, die ich auch nicht halte. Ah, der Blüde Mensch ey. Mit dem stelle ich mir das echt schwer vor, weil du ja ständig immer in die Menge rennen musst. Ah, erstmal die grünen Linger. Haha, sag. Sag. Das war Profissando. Ach, das war's für metros. Ah, easy, auffills! Ah, zwei dritte Aufstieg Der Vorteil ist, solange ich meinen Rüstungszauber habe, werde ich sogar noch geheilt in dieser Sekunde. Das macht die Sache gleich noch viel besser. Ja, ich bin jetzt noch besser. Jawohl, noch besser. Ich bin jetzt noch besser. Ja. Hat er das immer zu früh schon gesagt? Ja, hat er auch recht. Oh ja, ab in den Gully. Ich bin jetzt noch besser. Oh, ab in den Gully. Noch mehr Power! Boah! Boah! Ja, und noch ein bisschen Erfahrungspunktern. Hey, du hast was cooles aufgesammelt. Ich? Ja, irgendein seltenes Item. Ich hätte doch gar nichts zu tun. Trotzdem! Da ist irgendwas Echo-Ding jetzt. Ah, diese komischen Fliegentest-Dinge. Ah, die hat sich. Ja, alle sehen. Da sind also nichts Echoes mit der einen der einen. Nee, kommt schonhst du auch. Ja. Ne. Das ist immer so ne Agent knalltem. Oh Gott, endlich! Mach das schon nicht keine Sorgen! Jaot... ...ne! Das passiert jetzt wirklich nicht. Nicht die Bohnen. Oh, da ist jetzt die. Ich füge mir gar nicht auf. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Mann. Störfrei. Gibt's doch nicht. Oh, Gott. Ich war ja mit dem Goldenen beschäftigt, deswegen konnte ich hier auch nicht auf der Fatsche helfen. Naja, noch lebt eine Rüstung. Noch ist jetzt alles gut. Wir halten so viel auf. Wir halten so viel mit mir, Alter. Oh, Ness. Oh, jetzt gehen wir mal. Ja, das ist so eine Sackgasse. Ist ja wohl so scheiß Nest bestimmt. Nö. Ja, natürlich. Wir halten so viel mit mir. Wir halten so viel mit mir. Na ja. Das ist wieder was. Wir halten so viel mit mir. Wir halten so viel mit mir. Wir halten so viel mit mir. Na ja. Ja, ha. Ah, ja. Wir halten so viel mit mir. Wir halten so viel mit mir. soo weil es was sinnlos also wäre irgendwie schade nicht zu benutzen aaa soo aha erzähl uns vom schwarzen Seelenstein wir wissen von den Armen mit denen die Horatlin die großen Höhlen an der Fahren hatten was ist der Zwerg von diesem Queer Meister Beere hat ein Freund ins Büchchen lasst sie in Ruhe filmen wir uns morgen das war ja ein bisschen sehr leicht sieben ja bringen wir uns mal in Sicherheit warum er das sein mag achso wir müssen uns die ganze Zeit belagert das ne natürlich nur die alte oh warte sie hat einen Teleporter gemacht oh Schmiedekunst sehr schön naja dann wenn sie einen Teleporter macht das ist mir geäußert so ich habe nur keinen Bock gehabt jetzt um zu laufen also mit der Troller reden wie steht er bestimmt da irgendwo rum genau ich bin überrascht dass Kane dir nie gesagt hat ich bin immer gesagt Kane ey das schicksal bam so ja ja schwarze Seelencheine und die ganzen bösen Dämonen einsaugt gut jetzt kommt ein Trailer ha wir retten Leas Mutter die Hexe Adrian sie enthüllte uns die Existenz des schwarzen Seelenstalls ein Artefakt dass das Böse für immer vernichten könnte mir unter allen Sterblichen wurde aufgetragen ihn zu beschaffen machen wir kein Problem führt das Tor zur Oase alles klar so kommt jetzt vielleicht der Meteor Regen ich weiß es nicht mehr ach überflutete Halle ich erinnere mich an die überflutete Halle oh ja da war doch was was hat die gesehen die Alte die sieht ständig irgendwas die raucht so viel ich habe gesehen oh verdammt sorry voll falsch gelaufen hier was das? ein Toshier oh ein Händerin oh naja kann ich ja schon den Scheiß verkaufen ja braucht keiner so ok oh warte die Tasche müssen natürlich öffnen ja 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 danke 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 so hier da ist er ja Hakan das ist ein türkischer Kaiser ja wir sind doch in der Wüste naja deswegen ja das ist doch noch toll sind jetzt öffne das Tor du kleiner Scheißer so lass mal hier die großen ran ja 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 das das macht ja manchmal die Viecher keine Lebensleiste angezeigt bekommen Genau aber wenigstens bei den Endboards dass das Spiel dann kann sich dann powinni Oh, die hat sich, die macht einen Schaden. Oh, das Eis auch noch? Vergang, ich hab das Eis nicht kommen können. Oh, dieses Eis! Na, jetzt sind wir die zweite Mal da. So, wir machen jetzt auch Platten und aus dem hier rücken. Das sind nur Skelette und so, diese Leitungen. So, sehr schön. Ok, müssen wir sehen. Ah, das Ding. Das ist natürlich kaputt für jetzt. So. 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 Aber was schön ist, wenn ich mein Ding akkuiere, dann mache ich 32.000 Schasen. Woll! Ich bin gleich fertig. Oh, siehst du, das ist schön schnell voran. Oh, sieht doch nett aus hier. Vergessene Ruinen von Dullgudur. Ah, gut. Ich fahre mir direkt in meinen Blitz, aber das stimmt. Was wollt? Oh, wir haben eine Tasche, ist immer gut. Du bist an der Hälfte. Immer dieses gelade, ich kann doch mal nicht sagen. Ja, ich glaube, wir sollen sowieso schon etwas dürftige Story auffüllen. Aber ist egal, ich gehe hierher und schnitzeln. Ich bin interessiert in mir die Story. Hauptsache, man kann aufleveln, neue Gegenstände finden und töten, töten, töten. Ich bin auf dem Spiel. Ich bin auf dem Spiel. Was? Töten, töten, töten? Ich bin auf dem Spiel. Oh, ich ziehe mit den Scheiß. Okay. Ich bin auf dem Spieler. Baby. Ich bin auf dem Spiel. Oh, ich bin auf dem Spiel. Die Ere ran. Die Ere ran. Die Etage wurde vom Nioh. Und so, die Ere ran. Die Ere ran. Ich bin die Ere ran. Etage wurde ihn ausgelegt. Was er? Was er für mich, девos? Eine Ere. Insel. Was ist das? Was er kam? Ja, in dieser Oase, ja. Aber die ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut für den Dekken, oder? Ja... Ja, wie weiß man das schon. Das ist schon schön. Oh, da sind ja noch mehr. Schön, dass wir zwei Fernkämpfer haben. Und dass du, wenn neue Küche hast, die die auch noch ablenken. Das ist sehr praktisch. Also, die Kombination ist echt verrückt. Oh, da hinten ist auch so ein scheiß Feuerwehrschießler noch. Ah ja, da hinten ist ein kleiner Smith Team. Ja, komm, der ist so schnell da. Sehr gut. Na, gehen wir erstmal nach oben, ruhig sagen. Vielleicht Nushu wieder nicht mehr was wir überhaupt finden mussten. Tja, ich auch nicht. Oh, die haben wir noch geschafft. Oh, die haben wir noch gehört. Oh, hier sind wir noch nicht mehr. Oder? Da, das ist genauer! Uh, was wir noch? Oh Mann. Ich bin jung, wir hören uns. Ich bin ein Gift. Ja, ich bin ein Gift. Ah, ich weiß, ich weiß nicht, dass ich ein Absoluter bin. Ja, ja. sehr gut erst mal hier eine Truhe und laut dagegen so haben wir gegrillt fängt mit dem eh vollem gefick Der wird jetzt noch weg. Alles klar. Kann man ja umlaufen? Ich dachte, dass wir ein Spiel sind. Ja. Ah. Das war anscheinend mir ein geeignetes Versteck für den Kopf eines geistesgestörten Zauber. Ja. Ah. Ach, diese Ruin. Achja, wir mussten jetzt diesen Kopf finden. Stimmt. Den Kopf? Ja. Irgendwie mussten wir dann auch irgendwann wiederbeleben und dann hat er uns in Seelen steig gegeben. Und blablablablabl. Irgendwie so. Ah ja, da sind wir schon im ersten. Oh. Oh mein, das sind Massen. Nice. Oh mein, das ist so. 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 Ja, das sind so viele. Aber ich sehe schon mal nicht. Oh mein, das ist so. 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 Und ich sehe alle jetzt mal. Oh mein, das ist so. das ist auch noch die kleinen Spiegel ist hier einer da, sehr gut plötzlich hat es wieder durch ja oh jahuu oh ja, eine Seite in der Spiegelung, sehr schön und ein Schmelzziegel, das ist bestimmt praktisch ach verdammt, ich dachte ich wäre du ah ja ja, stimmt cool hast du dich gemerkt? ja ich bin vorhin auch aufgestiegen ich hab's dir nicht gemerkt ok, jetzt müssen wir wohl nach unten gehen wir bist extra bei den Käfergelator ach, voll zuvoll? ach, Kante so, hier rund ne, hier rund ja so, wo ist die nächste Bande? ah, wir hören schon was? genau oh, wo ist das? hey, dein Golem ist groß, da muss irgendwo ein Champion sein ja wie ist mir da das ist immer krass wie viel die aushalten, ey wenn die gelb sind äh guetst du echt ne Minute lang drauf ein? guuuuut schön schön daun 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 oh, das ging ja das war eine zahme Bande zack oh, da oben kann man noch nach rechts sozusagen Sehr schön, ah das gab aber auch 500 Punkte Bonus, nice Oh, da oben Das ist schön, er hebt seinen Schutz mit und von oben kommt der Blizzard auch wieder geklappt Ah, was ist denn das? Ah, da oben, dann hat er noch viel da Ah Ah Oh Wow, wie viele sind die da? Wow Ey, wenn wir hier stehen, dann passiert das aber anscheinend nichts, weil die sich hinter meiner Hand stellt Misty Ah, so Oh, jetzt war er Dünnenbrecher Mann Also schon auf normaler Stufe haben die ja hier echt zunderwäckige, meine Güte So, da oben waren wir schon Können wir also getrost ignorieren Das war's Schön Ähm Hmm Jo 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 Ah, trinkst du wieder nach, einen Tohren. So, Aura-Licht. Oh, da ist der Kopf, anscheinend. Haha! Und noch so einen Regen-Feed. Und noch so einen Regen-Feed. Und noch so einen Regen-Feed. Horatisches Magier-Konstrukt. Was soll das für eine Fähigkeit sein? Der ist vor allem. Ja, ja. Gut, dass er nicht mehr Junge ist. Wow! So, das haben wir eingefroren. Zack. Ah, down. Sehr gut. So, das müsse unser Ausgang sein. Genau. Zack. So. Ja, hier machen wir erstmal ein Poizchen.